Willkommen und hallo zu einem neuen Let's Play Noobs Zocken Metal Gear Solid 5 Ground Zero Nebenmissionen. Ja, wir sind jetzt auf dem Wachtturm, den wir im letzten Let's Play erreicht haben. Der nette Mann liegt immer noch hier. Wir haben, oder wir rufen jetzt einfach mal den Greimagenten, der uns die Kassette überbringen soll. Hoffentlich ist da nicht nur Musik drauf. Gott, Lampe. Ich will die Lampe jetzt. Okay. Dann schauen wir uns mal genau um. Vielleicht kommt da irgendjemand angelaufen. Also ich sehe bis jetzt gar keinen. Kommt da irgendjemand? Hallo? Muss ich da vielleicht länger drinbleiben? Der bewegt sich da unten nicht. Ist doch gar keiner, der irgendwie angelaufen kommt. Ah, doch, da. Zwei Stück. Kommen die jetzt her? Jawohl. Da kommen sie. Also einer zumindest ist unser Mann. Der andere eher nicht. Ah, die kommen jetzt her. Was machen wir jetzt? Hm, Geheimagent. Wir müssen ihn greifen. Das sollten wir nicht vergessen. Ich glaube, der zweite ist das. Ohne Hütchen. So, wie kommen wir jetzt an den Menschen, an den Geheimagenten ohne Hütchen, an den Soldaten. Irgendwie muss ich jetzt hier runter. Ah, hätte ich das gewusst, wäre ich schon nix unergegangen. Ups. Da hat jemand die Leiche gesehen. Oh. Hey, ich gehöre zu dir. Also, komm mal lieber hoch. Ja, komm mal hoch. Guck nicht nur so, komm mal hoch. Ähm, ja. Ja, komm hoch. Okay, weiter Verluste sind nicht akzeptabel. Haltet die Augen auf. Sorry, Digga, du musst jetzt, glaube ich. Also, entweder läufst du weg. Ja, lauf weg. Dann darfst du auch leben. So, wo ist unser Mann? Der war doch hier unten. Der ist doch hierher gekommen. Oh, ich hätte den markieren sollen. Hallo, wo bist du? Äh. Wo ist unser Mann? Ach Gott. Jetzt hab ich den schon wieder verloren. Aha. Wo ist er? Wo ist er hin? Ist er weg? Ach, nö. So, jetzt ist wieder alles normal. Aber wo ist der Geheimagent? Läuft er da hinten? Mach Kontakt mit dem Agenten, der als Marine posing als Marine. Check seine Appearance auf deinem Eye-Droid. Jawoll, das ist er. Supi. Da hinten läuft er. Hier haben wir noch einen Feind. Ah, schwierig, schwierig. Ich hoffe mal, unser Mann kommt da jetzt weiter in unsere Richtung gelaufen. Und der böse Soldat, der läuft einfach weg. Das wäre jetzt so das Beste. Komm, ja, weiter. Komm, immer schön herkommen. So, noch ein bisschen. Immer schön weiterlaufen. Jawoll, du machst das gut. Oh, Mann. Ah! Oh. Sped it out. You're here for... No! Not so tight, huh? I put everything on a tape. I don't have it on me. It's in the Central Control Tower. It's in the Central Control Tower. It's in the Central Control Tower. I need to stash it. Had eyes on me. And these guys, they don't work for Langley. He's... No. Okay, den haben wir jetzt wohl die Luft abgeschnürt. So wie. Gut, jetzt haben wir ein neues Ziel. Ab zum Tower. Verdammt, ja, da müssen wir also den ganzen Weg wieder zurückgehen. Unser Mann ist bewusstlos, lass ihn. Oh Gott, hä, was ist los? Ah, er wird gleich wieder aufgeweckt. Alles in Ordnung. Keine bleibenden Schäden. So, beide wieder wach. Alles Suppi, Tutti, Frutti. Mann am Boden. Oh mein Gott. Jetzt geht gleich wieder hier so eine Alarmbereitschaft los. Ich hab gedacht, da hinten der Schatten von der Fahne ist irgendein Fahrzeug, irgendwas, wovor ich Angst haben muss. Wie geht's weiter? Schreien die jetzt? Nö, er läuft weiter. Ich kann mich weiter bewegen. Okay, wir sehen jetzt gerade den Tower, wo sich die Kassette befindet. Da oben ist eine Kamera, das ist gut zu wissen. Gut, dass ich mal hingeguckt hab. Jetzt müssen wir nur noch aufpassen, dass die Marines uns sie nicht finden. Aber der eine geht natürlich runter von seinem Turm. Muss das sein. Ja, geh mal schön weit weg. Immer weg von mir gehen. Ich benutze jetzt einfach mal die Chance und bewege mich weiter. Ah, nicht oben drauf sitzen bleiben. Gut, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was vom Weg geschafft. Wir sind weg von unserem Informanten, der uns gesagt hat, wo er die Kassette versteckt hat. Oh Gott, da oben steht er noch. Gut, jetzt haben wir die Alarmberettschaft auch hinter uns gebracht. Keine Soldaten mehr wirklich auf der Suche nach uns. Natürlich wissen die, dass wir hier sind. Aber wo wir sind, weiß keiner. So soll's sein. Versuchen wir mal weiter zwischen die Kisten zu kommen. Da hinten geht der Soldat. Jetzt muss ich wieder nach da oben und über diese große Fläche laufen. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Dann kommen wir mal nach oben, den kleinen Hügel. Durchs Gras natürlich, dass der Typ uns auf dem Wachtraum nie sehen kann. Der gerade wieder auf seinen Posten zurück marschiert. Na ja, beweg dich mal von uns weg. Oh, verdammt, was guckt mich da jetzt gerade an? Das ist jetzt nicht gut. Was war das oder wer war das? Ich bin mal vorsichtig hier an den Zaun gegangen. Vielleicht kann man da mal rausgucken. Mal um die Ecke loschen. Oh Gott, jetzt ist es heute. Oh. Hinten an der roten Tür ist einer. Der geht jetzt aber weg. Aber da laufen noch Soldaten. Da läuft doch noch eine. Ich probiere das jetzt mal. Vielleicht sieht mich einer, vielleicht sieht mich keiner. Das sieht schon mal besser aus als vorher. Da sind wir schon mal drinnen. Wieder die gleiche Stelle, wo die Kamera nicht so ganz funktioniert. Aber hier funktioniert die Kamera wieder. Jetzt müssen wir irgendwie darüber kommen, ohne dass uns jemand sieht. Vielleicht den mal markieren, das wäre gar nicht so schlecht. Wie komme ich da jetzt weiter? Sehr interessant. Also ich könnte jetzt den Soldaten ausschalten. Somit das Problem lösen. Oh, der irgendwie ganz leise an ihm vorbeikommt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Ich würde jetzt aber auch langsam gerne die Kassette haben. Jetzt guckt er auch noch in meine Richtung. So richtig schön vor der Flugabwehr. Ja, braver Mann. Also ich versuche, wenn er sich wieder umdreht und in eine andere Richtung geht. Vielleicht krank, ja? Versuche ich dann mal weiter vorzukommen. Also wird er dabei nichts. Du musst in eine andere Richtung gehen. Und nicht direkt auf mich gucken. Geh in eine andere Richtung. Geh weg. Oh, 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 oh. Also wir haben jetzt ein Gegner vor uns. Da kommt noch ein Gegner. Oh Gott. Ich habe gedacht, ich kann jetzt, wenn der weg geht, einfach losrennen. Aber das funktioniert scheinbar auch nicht. Weil da jetzt noch ein Soldat kommt. So ein Mist. Da hätte ich die erste Chance nutzen sollen. Das wäre, glaube ich, die Chance gewesen, die echt was gebracht hätte. Aber ich muss jetzt langsam irgendwie vorwärts kommen. So, der dreht sich um. Äh, nein. Verdammt. Der kommt doch jetzt her, oder was? Wenn er schon das Ausrufezeichen hat, kommt er doch gleich her. Schwein gehabt, der kommt nicht her. Aber ich muss mich langsam um den kümmern. Aber ich habe doch Rauchgranaten. Ich habe doch was Feines mitgenommen. Kann ich die nicht nach der Arm werfen, so ein bisschen Ablenkung sorgen? Ja, guck da hin. Guck da hin und lauf da hin. So, eine voll gegen seinen Kopf helfen. Am besten. So, meine Chance. Da jetzt einfach durchzulaufen. Wenn er nicht aufpasst. Weiter, 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 weiter. Er passt nicht auf. Er hustet gerade. Das ist meine Chance gewesen. Und zack, kann ich hier unten in den Abwasserkanal. Abwasserkanal. Und weiter vor. Naja, das haben wir doch jetzt halbwegs gut gelöst. Jetzt müssen wir nur noch zurück zum Wachturm. Und irgendwie die Kassette besorgen. Und wenn wir die Kassette haben, können wir uns hier einfach mit dem Hini rausholen lassen. Und schon haben wir die Mission geschafft. CP, this is O10. Signs of enemy activity. Tightening security. Over. Oh mein Gott. Der kommt doch jetzt nicht her, oder? CP, this is Zulu 7. Just so a suspicious person. Gonna check it out. Over. Mrs. CP, understood. Keep your guard up. Out. Gut, jetzt haben wir Zulu irgendwen an der Backen. Jetzt kommt er hierher und guckt erstmal in unseren Abwasserkanal. Ja, toll. Mist. Habe ich ein bisschen Mist gebaut. Bin ich zu früh raus. Und habe Zulu, bla bla bla, die Möglichkeit geschaffen, mich zu sehen. Verdammt. Da ist Zulu. Und Zulu, wir können wieder gehen, oder? Hier ist nichts drin. Du siehst nichts. Du weißt nichts. Du bist Meister Hase. CP, this is Zulu 7. Check it out. Can't see anything unusual. Over. This is CP. Understood. Return to your post. Out. So, jetzt dreh dich um und dann könnte ich dich vielleicht überwältigen. Ne, verdammt. Leider nein. Zulu ist ein bisschen fix für mich. Aber so kann ich Zulu... Jetzt würde mich interessieren, warum Zulu da stehen bleibt. Ah, Zulu geht weiter. Nur aufpassen, dass Zulu uns nicht sieht, ne? CP, this is Zulu 4. Still no sign of the enemy. Standing down. Over. This is CP. Understood. All Fireteams. Return to your posts. Out. So, Zulu. Du kannst zurück auf deinen Posten, würde ich sagen. Also. Krümel dich mal. Oh nein. Ich kriege es immer wieder. Ich kriege es immer wieder hin, dass mich hier irgendeiner doch noch sieht. Aber ich glaube, Zulu interessiert das gar nicht so groß. Prächtig. Super geil. Jetzt muss ich hier irgendwie rauskommen. Und das vorsichtig. Ohne dass Zulu mich mit sieht, kriegt. Ich weiß, dass ich hier bin. Kommt Zulu jetzt hier rein? Zulu kommt jetzt hier rein. So. Ich glaube, Zulu ist down. Ich glaube, das hat so, haben so einige mitgekriegt. Nein, das hat gar keiner mitgekriegt. Zulu ist gestorben und niemand hat es mitgekriegt. Hey. Tja. Tja. So schnell geht's. Oh Gott. Verdammt. Die wissen doch jetzt, dass sie hier sind. Das ist CP. Wir haben sie jetzt glorreicherweise durch die zerstörte Kamera abgelenkt. Glück gehabt. Ich bin jetzt fast am Wachtturm. Hier war irgendwo noch eine Kamera, habe ich vorhin gesehen. Die muss ich jetzt irgendwie noch ausschalten. Aber wie ich die ausschalte, das weiß ich gar nicht. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, wo die Kamera war. Die hängt genau da oben, ne? Verdammt, wie schalte ich die Kamera da oben aus? Die guckt auch noch genau da hin. Und ich habe natürlich nichts mit, mit nur einem Schuss, ja, zu gehen. So, jetzt wissen die Leute allgemein, dass wir hier sind. Aber wir können die Kassette nehmen. Wir haben die Kassette. Jetzt müssen wir da irgendwie raus. Die Frage ist bloß, wie kommen wir da jetzt raus? Jetzt, wo die halbe Base weiß, wo wir sind und dass wir hier sind. Oh mein Gott. Jetzt habe ich mir was eingebrochen. Jetzt habe ich mir doch hier so richtig was, die Problematik angehängt. Jetzt muss ich schnell mal gucken, wo können wir überhaupt hin? Ich versuche da hinzukommen. Gut. Können wir hier einsteigen? Jawohl, wir können einsteigen. Ich gebe jetzt Gummi einfach. Einfach raus da. Oh nein, das Tor ist zu. Verdammt. Ah, wie mache ich das jetzt? Auf die schnelle, immer helle. Ich würde gerne einfach die Taste da drücken. Mal rauf. So, gucken. Die haben... Gott, die sind da mit dem ABC vorgefahren. Ah, verdammt. Ja, gut. Also entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Entweder einfach durch. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich will hier raus. Der ABC sieht uns gar nicht. Der fällt weg. Oh Gott, da ist noch eine. Verdammt. Oh mein Gott, da ist noch ein ABC. Bloß weg, bloß weg. Gib Gummi. Fahr einfach. Snake, fahr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die sehen mich doch. Oh mein Gott. Steig raus, steig raus, Snake. Raus da. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die sind überall, überall Feinde. Wir haben die Kassette. Jeder weiß in dieser Basis, wo wir uns gerade befinden. Oh mein Gott, oh mein Gott. Magazin Luftgranate. Nein, ich brauche die. Leuchtgranate. WFD Leuchtgranate. Wieder zur Waffe gewechselt. Und Abdeckung. So, der Helikopter kommt und Gut, wir werfen jetzt hier noch ein paar Nebelgranaten, damit uns keiner auch wirklich sieht. Einfach erstmal alles einnebeln. Bis unser Helikopter kommt und Ruhe ist. Ich wollte das schon immer mal machen. Alles hier einnebeln. Wie viel Nebel kann die Konsole überhaupt schaffen? Viel ist es nicht. Okay Leute, viel Nebel ist es nicht. Ich warte bis der Helikopter... Da kommt mein Heli. Gut, Morpho kommt und holt uns hier gerade raus. Noch ein bisschen. Morpho hat es geschafft. Die werden abgeholt. Wunderbar. Leute, wir haben es geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Noobs zocken. Metal Gear Solid 5. Ground Zero. Nebenmissionen. Ja, es gibt nur noch eine Mission, die wir machen. Und die seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass ich sie dann freigespielt habe. Ja, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war's mit Metal Gear Solid 5. Das war's mit Metal Gear Solid 5. Das war's mit Metal Gear Solid. Tschüss. Das war's mit Metal Gear Solid. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.